Hallo, schön, dass du mit dabei bist beim Expecto Booktronum Adventskalender. Ich freue mich wahnsinnig doll, dass du Teil davon sein möchtest. Und jetzt am 1. Dezember erkläre ich dir nochmal kurz, wie dieser Kalender funktioniert, wie der entstanden ist und wie du ihn für dich optimal nutzen kannst. Denn es soll nicht nur eine Geschichte sein, sondern es soll für dich eine komplette Experience sein, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich habe im September, glaube ich, war es drei Fragen gestellt. Zum einen, was dir wichtig ist in der Vorweihnachtszeit, was dir wichtig ist Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen und was dir wichtig an der Weihnachtsgeschichte so generell ist, wenn du irgendwie was in die Richtung liest. Habe alles aufgeschrieben und versucht, jeden einzelnen Punkt in diese Geschichte hier mit einzubitten. Heißt, es sollten bestenfalls Dinge dabei sein, die du vielleicht selbst in der Vorweihnachtszeit gerne machst oder tust. Außerdem habe ich mir gedacht, wir brauchen Musik. Wir brauchen ganz viel Musik und deswegen gibt es jeden Tag ein Lied, was auch in der Geschichte vorkommt, was du dir dann eben im Anschluss oder im Laufe des Tages anhören kannst, wenn du möchtest. Dazu habe ich eine Playlist erstellt, erstellt habe ich sie, bei Spotify und auch hier bei YouTube. Ich schreibe dir das Lied immer hier mit rein, aber auch natürlich in die Infobox und verlinke auch die Playlists. Und damit wir alle den Dezember so optimal wie möglich nutzen können, das Jahr schön ausklingen lassen und es uns einfach gut gehen lassen, gibt es jeden Tag eine Aufgabe oder Inspiration, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Auch die schreibe ich dir immer in die Infobox und hier ins Video. Das ist natürlich dann aber auch immer etwas, was in der Geschichte auch vorkommt. Also wahrscheinlich kannst du es dir, wenn du gut zuhörst, auch selber denken. Und ja, hier siehst du immer, welcher Tag heute ist. Heute ist der 1. Dezember. Vielleicht guckst du es auch später, ich weiß es nicht, aber hier wird quasi der Christmas-Countdown gezählt. Und wenn wir dann irgendwann hier angekommen sind, dann wissen wir, es ist Heiligabend. Und damit aber auch der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag mit bedacht werden können, jetzt geht dieser Baum hier nicht mehr drauf, wird auch am 25. und 26. Dezember ein Kalendertürchen bei mir geöffnet. Heißt, du hast jetzt 26 Tage jeden Morgen ein Video von mir, wenn du es denn möchtest. Und normalerweise sind die auch kürzer als das heutige, weil ich dann einfach nur das Kapitel vorlese. Das war mir aber wichtig, damit du die ganze Geschichte zu diesem Kalender nochmal hörst. Danke, dass du mit dabei bist und jetzt geht es los mit dem 1. Kapitel und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Als ich meine Augen öffnete, wusste ich sofort, dass heute ein guter Tag werden würde. Endlich wieder Dezember. Ich tapste ins Badezimmer, spürte die kalten Fliesen unter meinen nackten Fußsohlen und schaute in den Spiegel. Wache, graue Augen funkelten mir entgegen und ich strich fahrig meine blonden, wirren Locken etwas glatter. Egal wie alt ich war, der 1. Dezember war immer etwas Besonderes für mich. Schon als kleines Kind konnte ich vor Aufregung kaum schlafen. Schließlich wartete ein nagelneuer Adventskalender auf mich. 24 Türchen, die jeden Morgen Überraschungen für mich bereithielten. Besser ging es doch gar nicht. Als ich kurze Zeit später mit Handtuchturbern auf dem Kopf und flauschigem Bademantel am Körper ins Wohnzimmer lief, grinste ich breit übers ganze Gesicht. Auf dem Sideboard thronte er, mein diesjähriger Adventskalender. Er war ziemlich groß und aus fester, dunkelgrüner Pappe gefertigt. Der Kalender zeigte ein majestätisches Haus mit vielen Fenstern, einigen Türen, funkelnden Lichterketten, unterschiedlichen Personen und Weihnachtsdeko en masse. Es gab so viel zu sehen, dass ich mich schon so darauf freute, jeden Tag eine neue Kleinigkeit zu entdecken. Hinter jeder der 24 Türen versteckte sich ein kleines weihnachtliches Bild. Ich musste schmunzeln, als meine Mutter mir den Kalender am ersten Advent mit feierlicher Miene übergeben hatte, weil ich sofort an das Buch hinter verzauberten Fenstern von Konea Funke denken musste. In dieser magischen Weihnachtsgeschichte spielte ein Kalender dieser Art eine wichtige Rolle. Und die Hauptfigur Julia war zuerst ziemlich neidisch auf ihren kleinen Bruder, weil er einen Schokoladenadventskalender bekommen hatte und sie sich mit den blöden Bildern zufriedengeben musste. Wenn sie vorher gewusst hätte, was für ein Abenteuer sie erleben würde, hätte sie sich nicht geärgert. Ich liebte das Buch und konnte es nicht erwarten, es wieder zu lesen. Seit Jahren gehörte es für mich fest zur Vorweihnachtszeit dazu und ich empfahl es gerne von Herzen weiter. Anders als Julia, die Hauptfigur der Geschichte, war ich allerdings kein Kind mehr, sondern 29 Jahre alt. Das milderte meine Vorfreude aber nicht im geringsten. Ich öffnete vorsichtig die erste Tür des Kalenders und ein fröhlicher Lebkuchenmann mit Zuckerverzierung und jeder Menge Glitzer auf dem kleinen Körper strahlte mir entgegen. Alexa, Spiel, it's beginning to look a lot like Christmas, forderte ich meine Alexa auf und sofort begann Maike Bouble mit seiner Samtstimme eines meiner liebsten Weihnachtslieder zu singen. Mit diesen zauberhaften Klängen im Ohr machte ich mich fürs Büro fertig. Gerade als ich nach der Arbeit zurück in meine Wohnung kam, mich aus meiner Jacke schälte und meine Stiefel von den Füßen kickte, klingelte mein Handy. Hi Mama, na, wie geht's? Wir plauderten ein paar Minuten über unseren Tag, während ich mir nebenbei meine Jeans aus und meine Jogginghoseanzug ein paar Duftkerzen anzündete und es mir auf der Couch gemütlich machte. Weißt du noch, als du damals deinen Schokokalender direkt am ersten Tag komplett geplündert hast und dir dann ganz schlecht war, Alex, und du wolltest es niemandem sagen und hast alle Türchen wieder zugemacht. Deine Schnute war allerdings so mit Schokolade verschmiert und du warst so blass, dass ich sofort gesehen habe, dass etwas nicht stimmt, erzählte meine Mutter und ich konnte das Schmunzeln in ihrer Stimme hören. Ich verdrehte die Augen. Diese Geschichte hörte ich mir jedes Jahr an, konnte aber nicht anders, als auch zu lächeln. Ja, und Mia hat mir dann jeden Morgen etwas von ihrer Schokolade abgegeben, weil ich so geheult habe, dass ansonsten keiner seine Ruhe hatte, antwortete ich wie jedes Jahr. Meine große Schwester Mia war schon immer meine treuste Verbündete gewesen. Nachdem der gesamte Inhalt des Adventskalenders damals meinen Magen auf sehr unschöne Art wieder verlassen hatte, – kurz gesagt, ich hatte im Strahl gekotzt – schwor ich mir, nie wieder so gierig, Süßigkeiten in mich reinzustopfen. Meine Mutter und ich unterhielten uns noch eine Weile. Als wir aufgelegt hatten, kochte ich mir in der Küche einen meiner liebsten Weihnachtstees, Pflaume mit Zimt, ging mit der warmen Tasse in den Händen zurück auf die Couch und schloss kurz die Augen. Der Zimtgeruch des Tees stieg mir in die Nase und ich lächelte zufrieden. Die Vorweihnachtszeit hatte begonnen und ich freute mich schon so sehr auf morgen. Das erste Mal Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Ich schnappte mir mein Handy und schrieb in die WhatsApp-Gruppe mit meinen besten Freunden Leo und Ina. Bleibt's bei morgen? Leo antwortete sofort. Klar, der Glühwein schreit schon den ganzen Tag nach mir. Auch Inas Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Zieht euch warm an, die Mutti ist sowas von bereit. Ina hatte einen vierjährigen Sohn, der sie im Alltag ziemlich oft trap hielt. Wir schrieben noch eine Weile hin und her und ich konnte nicht erwarten, mich am nächsten Tag mit den beiden ins Getümmel zu stürzen. Ich hatte mir vorgenommen, den Dezember in vollen Zügen zu genießen, komme, was wolle. Dafür wollte ich mir jeden Tag etwas vornehmen, was mich in Weihnachtsstimmung versetzte. Für heute Abend hatte ich mir vorgenommen, mit hinter verzauberten Fenstern zu beginnen. Und das machte ich auch. Ich schnappte mir das Buch, kuschelte mich auf der Couch ein und begann zu lesen. Wenn du wissen möchtest, wie der Weihnachtsmarktbesuch ist und was Alex noch alles erlebt, dann kann ich dir nur ans Herz legen, jeden Morgen oder wann auch immer es dir passt, den neuen Teil der Geschichte anzuhören. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Da steckt mein ganzes Herz drin in dieser Geschichte und in diesem Kalender für dich. Und ich hoffe, dass du heute einen ganz, ganz schönen Tag hast. Und wir sehen uns morgen. Und wir sehen uns morgen.